Musik 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 Jetzt sind wir in der Jakobskirche. Und ich möchte Ihnen die zwei schönsten Altäre der Jakobskirche vorstellen. Den Hochaltar, den sogenannten Zwölfbotenaltar von Friedrich Herrlin und den Heiligblutaltar. Der eine Altar hier steht für das Fernpilgern auf dem Jakobsweg. Auf der Rückseite hat er nämlich Legenden gemalt von dem heiligen Jakobus, dem Jünger Jesu und dem Patron der Pilger. Wenn man kürzer laufen möchte oder wollte, ist man früher zur Heiligblutreliquie gegangen. Im unmittelbaren Umfeld von 40 Kilometern vielleicht besuchte man eine Wallfahrtsprozession und ging dann zur Heiligblutreliquie. Dieser Altar hat in der unteren Bildleiste die zwölf Jünger Jesu gemalt. In der Mitte ist der segnende Christus zu sehen, links und rechts mit Namen, Schriften unten, die Jünger Jesu. Auf der linken und auf der rechten Seite sieht man die Kindheitsgeschichte Jesu. Das sind Advents- und Weihnachtsthemen. Und in der Mitte sehen Sie sechs verschiedene heiligen Figuren, angefangen von der Elisabeth von Thüringen, Jakobus, Maria, Johannes unter dem Kreuz und Leonhard und Antonius. Ganz oben ist das Kreuz mit vier Engeln und ein sogenannter Erbärmde-Christus, ein Schmerzensmann, der Jesus zeigt nach seiner Kreuzigung in der Auferstehung. Ich möchte Ihnen ein paar Besonderheiten vorstellen aus dem Altar, die erst auf den zweiten Blick erkennbar sind. Zum Beispiel, wenn man hier auf dieses Bild guckt, sieht man den heiligen Petrus. Der heilige Petrus hat eine Niedbrille auf. Das ist eine der ältesten Brillendarstellungen, die es hier in Deutschland gibt. Eine Niedbrille, bei der zwischen zwei Blechscheiben ein Berüllstein, ein scharf geschliffener Stein, dazwischen geschoben worden ist. Wahrscheinlich war der Friedrich Herrlin etwas weitsichtig und musste, wenn er malen wollte, immer seine Brille abnehmen. Oder eine Brille aufsetzen. Und er hat sich von venezianischen Kaufleuten eine Brille kommen lassen, hat sie ausprobiert und war begeistert von dieser Erfindung. Es ist also so gesehen ein sehr moderner Altar. Er wurde 1466 von dem Schüler von Roger van der Weyden, Friedrich Herrlin, gemalt und war zu seiner Zeit hochmodern mit dieser Brillendarstellung. Heute müsste man vielleicht ein Tablet in ein Altar malen, um es zu schaffen, dass er genauso modern ist wie zu den damaligen Zeiten. Bei dem Altar von Friedrich Herrlin gibt es auch einiges zu entdecken, wenn man sich hinter dem Altar befindet. Hinter dem Altar sind nämlich auf die Flügel des Altars Jakobspilgerlegenden gemalt. Und eine möchte ich Ihnen besonders vorstellen, das ist die hier links oben. Man sieht hier den heiligen Jakobus, wie er in einem Steinwagen liegt, von zwei Stieren gezogen. Es sind zwei seiner Schüler dabei, einer deutet mit der Hand auf das Eingangstor von Rothenburg. Und im Hintergrund kann man die älteste Stadtdarstellung von Rothenburg sehen, von 1466. Und da kann man gut das Rathaus sehen. Der heilige Jakobus wird über den Marktplatz gezogen in das Rathaus hinein. Denn das Rathaus war früher eine Art Kaufhaus. Man kann da noch alte Lädchen entdecken. Und auf der anderen Seite war es ein Gerichtsort. Und der Jakobus gilt als der Fürsprecher der Gerichteten und der Gefangenen. Die Geschichte, die dahinter steckt, ist die sogenannte Lupa-Legende. Lupa ist ein lateinisches Wort und bedeutet die Wölfin. Und das war der Spitzname einer Königin, die in der Nähe von Santiago de Compostela lebte. Und dort heißt es ja in der Legende, sei das Boot mit dem enthaupteten Jakobus angetrieben. Also in Nordspanien. Und die Lupa nahm seinen Leichnam und legte ihn auf einen Stein. Und er formte sich zu einem Sarkophag, einem Sarg. Und die beiden Schüler, die mit dem Boot reisten, baten die Lupa, sie möge doch dem Jakobus eine Begräbnisstätte geben. Aber sie lehnte ab, sie wollte von ihm nichts wissen. Und dann schickte sie stattdessen die Jünger hinauf zu einem Berg, wo ihre beiden Stiere auf der Weide sich befanden. Und als die beiden Stiere den Jakobus sahen, wurden sie zahm und ließen sich an diesen Wagen anspannen. Und die Königin Lupa war daraufhin so verblüfft, dass sie der Botschaft des Jakobus Glauben schenkte und ihm eine Begräbnisstätte in ihrem Palast gewährte. Und jetzt lade ich Sie ein, mir zu folgen auf die West-Empore, auf der anderen Seite der Kirche zum Heiligblutaltar. Das ist nämlich auch ein Stück, das es zu entdecken gilt hier in der Jakobskirche. Jetzt sind wir hoch über der Klingengasse in der sogenannten Heiligblutkapelle. Diese Kapelle hat ja zwei Türen, die angeschrägt sind. Das heißt, es sind ganz viele Menschen hier hereingekommen und hinausgegangen in einer langen Prozession in der Zeit des Mittelalters, als diese Heiligblutreliquie noch eine große Rolle spielte. Heute steht der Heiligblutaltar wieder hier oben an seinem ursprünglichen Ort. Tilman Riemenschneider hat ihn geschnitzt. Tilman Riemenschneider ist ja ein Würzburger Bildschnitzer, weltbekannt. Und hier in Rotenburg und in der Umgebung findet man auf der ganzen Welt am meisten vollständige Riemenschneider-Altäre. Hier in St. Jakob, drüben in der Franziskanerkirche, aber auch Einzelstücke wie in der Johanniskirche findet man hier. Drunten ist zu sehen der Maria-Krönungs-Altar, in der Franziskanerkirche der Franziskus-Altar. Man sieht den Ludwig von Toulouse, auch in dieser Kirche. Und das schönste Stück ist dieser Altar. Und der Altar, der hat seinen Namen, weil er ein Kreuz hat, das ganz oben etwa in fünf Metern Höhe ist, mit der Heiligblutreliquie. Das klingt nun sehr abenteuerlich, wie wenn Kreuzritter den heiligen Gral nach Rotenburg gebracht hätten. Und das kann man auch manchmal noch lesen. Aber es gibt eine viel einfachere Erklärung für die Heiligblutreliquie. Es ist so, dass früher die Priester den Kelch für das Abendmahl, für die Eucharistie, nach oben heben sollten. Und da ist es einem Priester nach der sogenannten Wandlung, also wenn die Einsetzungsworte gesprochen wurden, die damals Jesus auch gesagt hat, als er das Abendmahl einsetzte. Als diese Worte gesprochen worden sind, da nannte man das den Wein dann anschließend Heiligblut. Es ist also ganz normaler Messwein, den ein Pfarrer wahrscheinlich aus diesem Kelch verschüttet hat. Dann lagen die Tropfen des Messweins auf der Altardecke und man wusste nicht recht, was man damit anfangen sollte. Man schnitt diese Tropfen aus, beauftragte einen Goldschmied, ein Schmuckkreuz anzufertigen. Und in der Mitte des Schmuckkreuzes ist eine Bergkristallkapsel und dort hinein hat man dieses Läppchen mit den Tropfen des Blutes Christi hinein. Auch ein Stück von der Schuhsohle des heiligen Jakobus oder ein Stück von der Dornenkrone Jesu soll darin enthalten sein. Vor einiger Zeit war hier einmal ein Gerüst aufgebaut und man konnte direkt hinaufgucken zur Heiligblut Reliquie. Und ich habe hineingeschaut in den Bergkristall, ob ich da etwas entdecken würde. Aber man kann, weil das Bergkristall ist etwas trübe, nicht so genau erkennen. Im 17. Jahrhundert aber ist mal ein Mesner hinaufgestiegen, hat die Bergkristallkapsel aufgemacht und hat nachgeguckt und hat da auf Latein einen Zettel gefunden mit der Inschrift, dass da drei Tropfen des Blutes Christi zu finden seien. Ich hoffe, er hat es wieder reingetan. Ja, und dieses ist entstanden im Jahr 1270, 1270 lange bevor Tilman Riemenschneider lebte. Er hat dieses Kreuz überliefert bekommen und hat erst seinen Altar dann wie bei einer Monstranz, einem Zeigegerät, einem Zeigegefäß dann drumherum gebaut. Alles weist auf dieses Kreuz mit der Heiligblut Reliquie. Eine Besonderheit hat er in den Altar hineingeschnitzt. Das ist nämlich das Abendessen Jesu, wie er es genannt hat, am Gründonnerstag. Das Abendmahl Jesu. Und er hat, anders als es viele Altäre haben, den Judas, den Verräter, nicht irgendwo an den Rand gestellt, sondern in die Mitte des Altars. Judas geht auf Jesus zu und Jesus reicht ihm mit seiner rechten Hand das heilige Brot. Ein Stück Brot, zu dem er vorher gesagt hat, dies ist mein Leib. Was so viel heißen soll wie, ich gebe mich mit Leib und Seele für euch hin. Wenn man in den Altar hineinblickt, dann sieht man einen Jünger, der schaut aus dem Altar heraus. Und wenn man auf die Hände des Jüngers achtet, kann man sehen, er deutet nach unten, da wo aktuell das Abendmahl eingesetzt wird, wenn es gefeiert wird im Gottesdienst. Und mit der anderen Hand deutet er auf den Judas. Das ist im Zusammenhang von Schuldvergebung zu sehen oder von Krankheit. Denn die Menschen schleppten hierher ihre Wunden, ihre Krankheiten und beteten hier, um Heilung zu erfahren. Und wenn sie dann nach Hause gingen und Heilung erfuhren, dann berichteten sie es nach Rotenburg. Und das ist niedergeschrieben in einem sogenannten Mirakelbuch, das erzählt von den Wundern, die diese Heiligblut-Reliquie getan haben soll. Für die Adventszeit ist ganz wichtig auch das linke Bild. Da sieht man nämlich den Einzug Jesu nach Jerusalem. Er reitet als Friedensbote, als Messias und Heilsbringer, Friedensbringer in die Stadt Jerusalem hinein. Auf einem Esel, also einem bescheidenen Tier, nicht auf einem Schlachtross oder so etwas. Hinter ihm sind die zwölf Jünger Jesu. Vor ihm sind die Menschen, die in der Stadt wohnen und die sich freuen, ihn zu begrüßen. Sie sollten sich etwas Zeit nehmen, den Heiligblut-Altar zu entdecken. Denn man sieht auch Dinge, die man normalerweise nicht auf den ersten Blick sieht. Ganz rechts oben zum Beispiel einen kleinen Vogel. Man sagt, das sei ein Stieglitz. Ein Stieglitz, der einen sehr spitzen Schnabel hat und deswegen an die Dornenkrone Jesu erinnert. Entdecken Sie ihn? Und das sei ein Stieglitz. Vielen Dank.